hallo und willkommen zu neuen reaction video mit domi hallo wir haben ja vor der zeit den kurzen reaction trail spread of the wild geschaut jetzt mit domi genau teil 2 wieder ein video ja weil es gibt es gibt einen youtuber der hat sich die mühe gemacht und versucht laut seinen informationen den trailer den echten trailer von nintendo richtig zu schneiden also in der richtigen reihenfolge weil das original das war ein bisschen komisch weil irgendwie nicht zusammengepasst hat wie gesagt ist der youtuber hat sich die mühe gemacht und diesen trailer in die richtige reihenfolge gebracht und ich finde es sieht halt schon gut aus also es macht doch alle sinn was man da gleich sieht und ich möchte jetzt nicht weiter auf die folter spannen sondern würde aber loslegen bereit bereit eine minüt 37 sekunden später es ist echt schon ehrlich da Das war's für heute. Wow, 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 okay, okay. Das ist ja mal mega. Alter, ich finde, das sieht einfach richtig gut aus. Ja. Also wirklich Respekt an den Jungen. Auch, ey, das sieht so episch aus, ne? Das passt einfach alles wirklich zusammen. Ja, ist so. Das ist einfach krass. Weil das, was ich mir der erste gesehen habe, was so gemischt war, da hat er so keinen Überblick, ne? Ja, da hast du nichts verstanden. Ey, Alter. Und ich finde, das hat er so gut gemacht. Ja, ey, Digga, das sieht so episch aus, ne? Musik und Sounds und alle Sachen selber nochmal schön eingefügt. Einfach perfekt. Das, ey. Also es ist nicht das Original, das ist wirklich von einem YouTuber gemacht. Aber ich finde, es ist einfach sehenswert und kann man wirklich sehen lassen. Props an den Jungen, Alter, ehrlich, Bruder. Ja. Das war mal mega. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Weil, ey, das... Ey, Bruder, das ist geil. Ich freue mich wirklich, wenn es mehr Infos gibt, wie World of the World 2, ne? Ich hoffe, die kommt in der E3, die jetzt bald kommt. Ja, ist... Ne, nicht E3. Oder ist es E3? Doch, ich glaube schon, ne? Doch, doch, die E3 ist jetzt... Gut, dann muss ich sagen, was das von D4 Reactions, Zelda Breath of the World 2. Ja, schau bei Domi vorbei, lasst eine Bewertung da, lasst einen Appetur auf diesem Kanal und sonst. Ja. Ey, Digga, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Tschö. Auf Wiedersehen.